Hallo und willkommen zu einer neuen Episode von Rymegas Spiele-Sammlung. Jede große Idee beginnt mit einem Funken Fantasie. Mit etwas Zeit, Hingabe und Sinn für Abenteuer kann sie wachsen. Sie beginnt zu leben und zu strahlen. Bis aus Fantasie Realität wird. Die Fantasie kann einen überall hinbringen. Man muss nur den ersten Schritt tun. Die Fantasie Die Fantasie Sie kann das Tor zu neuen Entdeckungen sein und sie wächst weiter, bis sie dich zu dem macht, der du bist. Hallo du! Wie wär's mit etwas Zauberei? Mal sehen, welche Abenteuer wir mit etwas Fantasie erleben können. Sei gegrüßt, mein Freund. Ich bin's, Jack. Hier ist es wunderschön. Ich habe noch nie etwas Vergleichbares gesehen. Wir können nicht nur neue Freunde finden, sondern auch neue Orte besuchen. Hey, howdy, hey! Hoho, lass uns reiten, Partner! Ich bin's, Jack. Spannende Wachbunday! Ich bin's. Ich bin's. Ich bin's. Ich bin's. Ich bin's. Ich bin's. Hey, wie geht's denn so? Hallo, Sully. Wow, das nenne ich mal einen Szenenwechsel. Mike, Sully, wartet! Hallöchen! Halt! Ein Piratenschiffsbrack bereit zum Plündern! Unsere Befehle kommen jetzt von Captain Jack Sparrow. Er braucht eine Crew, um das Schiff seetüchtig zu machen. Helfen wir ihm! Ah, da ist Davy Jones mit seiner Flying Girl! Los geht's! Entern wir sie! Wie schafft man das am besten? Mit viel Fantasie, sage ich! Platzier sie schon, Matrose! Mit viel Fantasie! Metroville, die Heimat der Unglaublichen. Oh oh, ich glaube diese Stadt braucht einen Helden. Wir sollten helfen, komm schon. Oh yeah, Showtime. Da kommt noch einer. Kümmer dich um ihn. Hey, hier drüben, bist du dabei? Startlinie. Okay, ich bin startklar. Wow, freier Fall. Nichts, was man mit etwas Fantasie nicht lösen kann. Vorsicht, pass auf. Zogbots, um die loszuwerden, braucht man ein ganzes Team. Eindruckende Farbe. Wuhu, wir haben's geschafft. Und wer, wenn nicht, Micky sollte uns unser nächstes Abenteuer zeigen? Wuhu, wir haben's geschafft. Wuhu, wir haben's geschafft. Wow. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Ich bin Mr. Incredible. Schön, dich in meinem Team zu haben. Moment, was war das noch? Das ist das Herzstück deines Erlebnisses, die Toybox. Mit einem Funken Fantasie ist hier alles möglich. Du kannst dein Auto fahren, gegen böse Schurken kämpfen oder verborgene Schätze suchen. Möchtest du deine ganz eigene Welt erschaffen? Nutze das Rote Weltfeld, um zum echten Profispieler zu werden. Die Platziere ein Playset-Element auf der Disney Infinity Base, um dieses Playset zu besuchen. Das Rote Weltfeld führt dich zum Bauen-Anfänger-Abenteuer, wo du erfährst, wie du deine kreativen Fähigkeiten entwickeln kannst. Das Rote Weltfeld dient dazu, auf deine Abenteuer zuzugreifen und dein Spiel zu speichern. Vielen Dank fürs Zuschauen und wenn euch das heutige Video gefallen hat, dann drückt auf Daumen hoch, abonniert meinen Channel oder schreibt eure Kommentare. Und wenn nicht, dann halt nicht. Bis zum nächsten Mal bei Rimegers Spielesammlung.